Like dieses Video und abonniere meinen Kanal in den nächsten 5 Sekunden, wenn du einen No-Skin beschützen würdest. Und benutze meinen Creator Code Flakes im Item Shop. Yo Leute, was geht? Flakes hier. Ihr seht schon, ich hab den No-Skin ausgerüstet. Und heute werde ich wieder als No-Skin in Random Duo gehen und mal gucken, was passiert, wenn ich auf einen treffe, der einen Skin hat. Ob er toxic wird, ob er No-Skins feiert, ob er vielleicht mich kennt, weil ich hier auf meinem Main Account bin, No-Skin Flakes. Das eigentlich sollte man mich erkennen, wenn man sich ein bisschen mit Fortnite auskennt und mit YouTube. Ich weiß ja nicht. Und ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Das Video könnte richtig nice werden. Falls der nicht zu mir sein wird, werde ich mal gucken, ob ich dem einen Skin schenke oder nicht. Mal schauen Leute. Und ich würde sagen, wenn wir den ersten Deutschen gefunden haben, geht das Video los. Und ich würde sagen, lasst auf jeden Fall noch ein Like da und ein Abo. Kommentiert auf jeden Fall euren Epic Games Namen, wenn ihr mal mit mir ein Video aufnehmen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Runde. Let's go. Hello, hello, hello. Hello, where are you from? I'm from Germany. Germany? Deutscher bist du? Ich bin auch Deutscher, ich bin auch Deutscher. Ja, ich bin auch Deutscher, genau. Ich geh, Mann. Wo sollen wir landen? Sag mal an hier. Lass mal hier so landen irgendwo. So hier. Wo, 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 wo. Ah, da hinten? Okay, ja, let's go, let's go, let's go. Du bist voll sympathisch, ey. Oh, das ist krass. Du auch, komischerweise, Alter. Du bist zum ersten Mal Deutscher, dann auf einmal bist du so sympathisch und so. Voll korrekt von dir, ohne Witz jetzt. Ja, Digga. Also, ich weiß nicht, ich spiele oft Random Duos, aber, keine Ahnung, oft treffe ich Leute, die sind so richtig toxic und denken, die wären die Besten und so. Keine Ahnung. Und jetzt auf einmal, ey, Digga. Und du bist auch sehr jung und korrekt. Keine Ahnung, irgendwie, Bro. Oh, nice. Das kann was Gutes werden hier. Ja, wir nehmen jetzt alles auseinander, kurz die Runde. Aber warte mal, hier, du bist hier in der Luft bei mir. Bist du Nosekin? Ja, ja, ich bin Nosekin und... Ehrenmann. Ehrenmann. Direkt sympathisch. Du machst dich direkt sympathisch bei mir. Hä? Hä? Als ob? Ohne Witz. Wenn du Nosekin bist, machst du dich direkt sympathisch bei mir. Direkt. Ohne Ausnahmen. Hä? Ist das dein Ernst gerade oder nimmst du mich hops? Wirklich jetzt? Was? Wirklich jetzt? Hä? Echt jetzt? Direkt von dir. Ja, Mann. Oha, Ehrenmann. So diese OG-Skins, die immer sagen, ja, ich bin OG-Skin, ich bin OG-Skin. Denk ich mir, freil doch nicht damit. Wieso? Wieso? Oh, es gibt Nosekins, die kennen das nicht. Verstehst du? Ja, boah, echt korrekt, Alter. Wirklich, no joke. Ich spiele oft Grand Duos und wie gesagt, also selten trifft man so einen wie dich hier. Boah, selten trifft man einen wie dich. Deutscher, Nosekin und korrekt. Ha, Ehrenmann, Alter. Ich schwöre, wir holen, glaube ich, den Sieg. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, Digga. Es fühlt sich echt gut an. Ich denke mir auch gerade, dass du richtig korrekt bist. Aber warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kenne dich irgendwoher. Hä, wie? Ich kenne dich, warte mal. Hä, dein Name auch? Bist du nicht Flex? Ähm... Hast du nicht 200k vor kurzem erreicht? Hä, als ob du mich erkannt hast. Nein. Ja, der bin ich, Digga. Der bin ich. Als ob. Niemals habe ich gedacht. Ich gucke mir voll viele Videos von dir an. Die sind echt unterhaltsam. Hä, echt jetzt? Schaust du echt meine Videos? Warte wirklich, ich schaue deine Videos. Hä, Ehrenmann, Alter. Und bis zum Ende, damit du deine 10 Minuten voll hast. Oha, er gönnt mir die Watchtime. Ja, genau. Alter, Respekt. Alter, du wirst mir immer und immer sympathischer. Holy Moly. Du bist aber auch richtig korrekt. Du bist... Aber du bist YouTuber? So krass korrekt. Und das habe ich mir nicht gedacht. Ja, safe, Digga. Warum sollte ich nicht korrekt sein? Soll ich hier, äh... Hä? Das bringt mir doch gar nichts, Mann. Ich bin immer korrekt. Also ich versuche, so korrekt wie möglich zu sein. Ehrenmann auf jeden Fall. Wie krass, wie korrekt du zu mir bist. Aber ich merke schon... Guck mal, ich sage dir ehrlich, ich habe gerade sieben Runden gestartet. Sodass ich in den Reden-Doos reinkomme und korrekt nicht starte. Einmal kam so ein Reden-Raider. Der dachte sich auch schon, der ist, äh, über die Wolken geflogen. Einmal kam Rick in Expert. Der dachte, der ist OG. Habe ihn kurz ausgelacht. Sieh, ist ja mein Skin hier, John Rick. Ich weiß nicht, ob du den OG findest oder nicht. Doch, der ist relativ OG. Ja, ja, der ist relativ OG. Ja, der ist schon OG. Und ich mag es auch gerne, Nose-Skin zum Beispiel was zu schenken. Oder, äh, Dings da. Aber ich glaube, du bist kein Nose-Skin, oder? Kann das sein? Äh, nee, nee. Also falls du meine Videos schaust, solltest du es eigentlich wissen. Ja, ja, ich weiß es. Ja, genau, genau. Ich weiß es. Ja, ich bin kein... Ich weiß es. Also ich habe auch einen Renegade-Raider und so. Ich weiß nicht, ist John Wick da ein seltenster Skin? Ja, ja, genau. Ich spiele seit Season 1, aber habe mir Season 3 Battle Pass halt gekauft einfach. Echt sympathisch, Mann. Echt sympathisch. Also ich finde, du machst echt gute Videos. Hast du ja auch verdient, diese Klicks zu machen, sage ich dir ehrlich. Oha, Alter, du kennst ja richtig. Vielleicht kennst du mich auch, keine Ahnung. Du machst auch YouTube, oder was? Ja, ja, genau, ich mache auch YouTube. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist. Bleib mal kurz stehen. Ja? Warte mal. Warte, ich muss kurz nochmal drüber nachdenken. Lass mal erstmal in die Zone. Okay, warte, ich komme mit. Weil irgendwie, keine Ahnung. Aber, warte, warte mal, was meinst du jetzt? Ja, ich muss noch überlegen. Ich glaube, ich glaube, das verwirrt mich gerade nur, aber nee. Nee, 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 ich denke mal kurz nochmal drüber nach. Das kann irgendwie nicht sein. Ich bin offen. Ich sage dir, wie es ist. Ich bin offen immer gerne. Sag einfach Bescheid. Ja, ja, mache ich. Ich glaube, wir sollten laufen. Es geht schneller, weil das irgendwie langsam... Ja, das ist auch besser, weil wir haben keinen Treibstoff mehr gleich. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Willst du nicht? Aber wir müssen uns beeilen, weil die Zone, ey, die ist schon, ähm... Oh no. Das könnten wir echt schaffen. 800 Meter ist machbar, Bro. Ja, komm, schaffen wir. Aber guck mal, irgendwie... Nein, das kann nicht sein. Ich habe vor langer Zeit ein Video in Random Duos eingetroffen. Der hieß, genauso ähnlich wie du. Ich bin mir gar nicht sicher. Nein, aber das kannst nicht du gewesen sein, weil der hatte eine andere Stimme und so. Keine Ahnung. Eich, okay, okay, komm. Wir sind jetzt so gute Bros, du bist richtig korrekt und so. Sag dir die Wahrheit. Oh mein Gott, ich bin Poopsie, der Nosekin. Nein. Ich heiße Poopsie. Nein, du nimmst mich gerade hoch. Poopsie? Nein, nein, ich bin bei dir, ich werde dich beschützen, okay? Wir sind die Nosekin-Army, okay? Ja, Nosekin-Poopsie-Army. Was ich dir noch erzählen muss? Was, was? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Kill gemacht mit Fortnite. Noch nie einen Kill? Ey, nicht weinen, Poopsie, nicht weinen. Du bist Poopsie? Ja, das war, das war. Sorry, das habe ich nicht gesagt. Hast du mich hops genommen? Hä? Ja, das war für mein YouTube-Video, sorry. Ach so. Rennen du es, genau. Du hast mich hops genommen, aber hast es nicht mal aufgelöst, oder was? Und ich dachte, du bist so ein kleiner Junge, der keine Ahnung hat, ein Poopsie und sowas. Aber auf jeden Fall, ich kann dir auch den Scan zurückgeben, den du mir geschenkt hast. Nein, nein, schon okay, aber... Digga, ich feier's, dass du... Du hast mich einfach hops genommen. Ja, moin, Alter. Hä, du bist Poopsie? Weil irgendwie, deine Stimme kam ja irgendwie bekannt vor, keine Ahnung. Ja, ich bin Poopsie dann ausgeübt. Ja, moin, du kannst es richtig gut. Ich muss mir nachher echt deinen Kanal mal anschauen. Holy moly. Hey, nice. Ey, Digga, wenn wir jetzt den Sieg holen, könnte es vielleicht sein, dass ein Skin für dich rausspringt. Ich weiß es nicht. Ja, und wenn wir jetzt den Sieg holen, dann könnte es vielleicht sein, dass ein Tanz für dich rausspringt. Ich weiß es nicht. War es, als ob du mir was schenken willst. Ohne Witz. Echt jetzt? Wirklich jetzt. Hä, aber komisch, dass du... Nein. Das kann doch kein Zufall sein, dass wir schon wieder in Random... Hä? Das ist halt das Fortnite-Leben, muss ich dir ehrlich sagen. Hä? Das verwirrt mich gerade. Irgendwas ist da faul, Digga. Aber egal, wenn wir jetzt den Sieg holen, habe ich nichts dagegen. Aber sei doch ehrlich, ich bin als Januik sympathisch und als No-Skin war ich auch sympathisch. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du mobst keine No-Skins, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Sonst hätte ich doch gar nicht mit dir gespielt. Jeder sollte so sein wie du, Digga, weil irgendwie... Keine Ahnung. Lass lieber laufen, weil die Zone ist eh... Oh nein, die Zone ist nicht da. Komm, lass die Zone... Aber willst du wissen, wie viele Abonnenten ich habe? Warte mal, ich komme mal rein. Ich komme nicht rein. Ich muss ein bisschen runter. Äh, äh, wieso kann ich nicht rein? Ich kann nicht rein, Digga. Ah, jetzt, ja, moin. Weißt du, wie viele Abonnenten ich habe? Hä, wie viele denn? Ich habe 2.700. Oh, aber machst du viele Videos und Streams, oder? Ja, ich wollte jetzt wieder anfangen. Und dass ich dich getroffen habe, ist schon mein Glück, muss ich dir ehrlich zugeben. Ja, Ehre, vielleicht kann ich ja deinen Kanal... Ich muss ehrlich sein, ich nehme gerade ein Video auf. Ich nehme gerade ein Video auf. Echt jetzt? Ja, ich... Ja, da muss ich dir auch was sagen. Was denn? Da muss ich dir auch was sagen. Ich habe auch ein Video aufgenommen. Also, ich nehme gerade auch eins auf. Und ich finde es gerade richtig witzig von dir, dass wir beide gleichzeitig gerade ein Video aufnehmen. Beide gleichzeitig YouTuber sind. Und wir gleichzeitig gerade einfach Videos machen wollen. Hä? Und es einfach Spaß macht. Digga. Das ist richtig cool. Komm, wir holen den, komm, wir holen den, komm. Nein, nein, ich bin... Äh, ich muss mich healen, Digga. Nein, 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 nein. Ich sterbe nicht, nein, nein. Ich sterbe nicht. Du es nicht, du es nicht, du es nicht. Tu es für den Skin. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Oh, er hat die Stinkkonate reingeschmissen. Digga, ich werde jetzt für die No-Skins alles geben, aber ich kann dir nichts versprechen. Ja, komm, komm. Ähm. Nein. 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 Schade. Aber weißt du was? Was denn, was denn? Wollte ich was sagen? Was denn? Ich schenke dir trotzdem einen Skin. Du schenkst mir einen Skin? Yes. Ey, ey, als ob. Nein. Hä, du brauchst mir doch keinen Skin schenken. Wirklich jetzt? Wirklich. Doch, ich schenke dir einen Skin. Ich wirklich. Nein, das musst du doch nicht machen. Doch, ich schenke dir einen. Alter, wie korrekt bist du denn? Du mobbst keine No-Skins. Du hast den John Wick. Wir haben uns schon mal in Random Duos getroffen. Jetzt willst du mir auch noch einen auf korrekten Skin schenken? Hallo? Hallo, hallo? Ja. Ist gerade dein Internet abgestürzt, weil irgendwie, du warst nicht mehr da. Ja, auf jeden Fall vergessen wir es jetzt mal nicht. Und wir machen, also ich schenke dir jetzt einen Tanz, äh, Tanz, okay? Ja, aber wir müssen ja jetzt zwei Tage... Ah, warte, man weiß was... Ja, genau. Ja, wir müssen zwei Tage befreundet sein. Es geht doch gar nicht. Ich warte, warte diese zwei Tage, warte diese zwei Tage, dann schenke ich dir den Tanz. Ich verspreche es nicht. Äh, das musst du echt nicht machen, Alter. Aber ich kann ja nichts dagegen tun, falls du wirklich mir einen schenkst. Ehrenmann. Also wirklich korrekt, dass du auch ein Abonnent von mir bist. Und das hat mich echt gefreut, Bro. Eine Frage. Auch, weil du auch, du hast mich hops genommen, aber egal, egal, ich nimm es dir nicht übel. Darf ich deine Stimme für YouTube verwenden? Ja klar, Digga. Wenn ich deine verwende, darfst du auch meine verwenden auf Ehre. Ehre, Ehre, Ehre. Ich darf ja auch deine verwenden, hoffentlich. Ja klar, kein Problem auf jeden Fall. Okay, okay, nice, nice. Was wolltest du sagen? Ja, also auf jeden Fall hast du vielleicht irgendeinen Skin, den man jetzt hier einmal präsentieren kann so. Also ich soll dir einen Skin präsentieren? Ja, wenn es geht. Also auf dem Account, Digga, ich kann dir einen Partnerlook machen, auf Ehre. Oh, ja, Mann. Aber, ja, leider bin ich nicht auf meinen Renegade-Account eingeloggt, deswegen kann ich dir leider keinen gerade zeigen. Aber ich dachte, No-Skins, Digga, muss ich dir sagen, No-Skins sind ein bisschen schmackhafter, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, du verstehe schon, ja, ja. Ich verstehe schon. Okay, Ehrenmann, dann würde ich sagen, wir können gerne mal privat ein bisschen zocken. Und wir sind ja jetzt Freunde und ich freue mich auf jeden Fall auf den Skin und dann würde ich sagen, hau rein, Bro. War nice. Hau rein. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem Video, Leute. Schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare. Tschüss.